Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Let's Play und zwar spielen wir Arkheim Realms at War aus dem Hause Travian Games. Dort gibt es jetzt nämlich den ersten Server, der die deutsche Sprache unterstützt und wir werden uns das Ganze hier auf jeden Fall mal im Let's Play angucken. Ich bin auf jeden Fall noch kein Profi hier in dem Spiel. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich wäre da natürlich dankbar. Wir werden uns hier den Anfang einfach mal angucken. Wir werden das Tutorial spielen und gucken, was wir sonst noch so Schönes erreichen können. Aber bevor wir starten, schauen wir uns mal kurz eben die Klassen und die Hauptmerkmale an. Man kann hier zwischen zwei verschiedenen Völkern unterscheiden. Man kann einmal hier die Elfen nehmen und die Zwerge. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich gleich nehmen werde. Das werde ich wahrscheinlich einfach mal spontan entscheiden. Ich denke mal, es werden die Elfen. Und wir schauen uns jetzt hier mal schnell die Hauptmerkmale im Spiel an. Vereine dich in einem Reich mit Spielern aus aller Welt und führe es in einen Krieg um Territoriale, Kontrolle und mächtige Mondsteine. Wähle und befehlige mächtige Kriegsfürsten und statte deren Armeen mit deinen individuellen gewählten Truppenaufstellungen aus, um dein Reich vor gefährlichen Eindringlingen zu schützen auf und unter der Erdoberfläche. Erkunde die Länder Arkheims, ihre Reichtümer und ihre Geheimnisse. Errichte eine Armee aus gefallenen Nutze die Macht der drei Monde und steige mit deinem Reich ins ewige Licht auf. Außerdem nochmal eine kleine Randnotiz. Hier seht ihr einmal, wie ihr dieses Spiel spielen könnt. Ihr könnt das einmal, wie ich jetzt hier gerade über den Browser bin, könnt ihr es über den Browser spielen. Ihr könnt euch aber auch eine Windows-Version herunterladen, was ich auch gleich machen werde. Ich werde das dann quasi direkt über die Windows-Version spielen, dass ich hier nicht im Browser rumhängen muss. Und es wird auch demnächst noch für Mac verfügbar sein. Außerdem ist es auch als mobile Version schon bei Google Play verfügbar und demnächst dann auch noch im Apple Store. Also ihr habt hier wirklich einen Haufen Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt ins Spiel rein. Kultus moons ago, an ancient race had found themselves enslaved by their own ambitions. They used crystal orbs mined from the rock of Archime to harvest the arcane power of the moons. The deepest holes were dug and the highest towers built. For they believed that come full moon trinity, those worthy would ascend into eternal light. But, as always, ambition turned into greed and greed turned into war. Divided and weakened, the forces they unleashed were uncontrollable. And Archime was torn apart. The ancients perished, perhaps forever. Now, Archime and its mystical relics have been rediscovered. With the full moon trinity nearing once more, The power of eternal light is within your grasp. So, und nun sind wir bei der Völkerwahl. Und ich werde hier auf jeden Fall die Elfen nehmen. So, weiter geht's mit unserem Porträt und unseren Nicknamen. Und los geht's. Ich bin gespannt. So, willkommen in Archime. Du hast die unerbittlichen Gezeiten in der Umgebung von Archime überlebt und dich auf dem Festland angesiedelt. Denn nimm dir etwas Zeit, um dich umzuschauen. Das sieht doch schon ziemlich heimisch aus. Oder leg am besten gleich los. Diese Stadt verwaltet sich nicht von selbst. Und da liegt noch etwas anderes in der Luft. Etwas Gewaltiges. Okay. Alles klar. Willkommen in Archime. Sehr, sehr schön. Drücken wir hier mal direkt weiter. Ich werde jetzt nicht jeden Text 1 zu 1 vorlesen. Es gibt hier auf jeden Fall ein Tutorial. Wenn ihr das Spiel startet, dann werdet ihr auf jeden Fall relativ gut durchgeführt. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und wir werden hier natürlich auch ein bisschen das Tutorial jetzt spielen. So, wir sollen jetzt hier als erstes ein Haus bauen. Kein Problem. Wir haben jetzt hier quasi, das ist halt unsere Stadt, kann man so sagen. Oder unser Reich. Und dort können wir dann quasi frei platzieren. Wir haben jetzt hier noch ein paar Hindernisse. Aber dort können wir jetzt unseren verschiedenen Gebäude platzieren. Sehr schön. Direkt abgeschlossen hier. Eine Aufgabe. Es gibt jetzt hier auch oben rechts, ihr seht schon, Hauptaufträge. Also es gibt hier wirklich einiges an Missionen und Quests, die ihr hier abschließen könnt. Das nehmen wir natürlich jetzt hier gerne mit. So, zur Zitadelle. Quasi das Hauptgebäude, was eure anderen Gebäude schneller ausbauen lässt. Hier seht ihr einen Vorteil von 100% Bauzeit auf 96%. Und das Gute ist hier wirklich, wenn ihr irgendwelche Gebäude baut und der Fortschritt auf unter 5 Minuten gefallen ist und ihre quasi Anwesendheit, könnt ihr quasi die letzten 5 Minuten der Bauzeit hier einfach sofort fertig boosten. Und das Gebäude abschließen. Das ist auch eine coole Sache hier auf jeden Fall. Für die Leute, die wirklich sehr aktiv sind, davor sitzen, die sparen sich dann bei dem Bauen immer 5 Minuten und können natürlich dann direkt das nächste Gebäude bauen. So, eine Kaserne sollen wir noch platzieren. Das machen wir doch gerne. Missionen abgeschlossen. Gibt jetzt hier auch immer Ressourcen. Wir haben jetzt hier, wenn wir uns da oben diese ganzen Ressourcen oder was wir dort haben anschauen. Wir haben jetzt hier als erstes Bevölkerung. Bevölkerung wird halt benötigt, um bestimmte Gebäude zu bauen, um diese auszubauen. Dann haben wir hier die Ressourcen, Holz, Eisen und Getreide. Und dann zum Ende hier haben wir noch die Truppen und die gefallenen Truppen. Dort kommen wir aber nochmal später zu. Zuerst lassen wir uns hier mal durch das kleine Tutorial durchführen. Und bauen jetzt hier schon mal ein bisschen unsere Stadt aus, kann man schon so sagen. So, wir sollen hier auf jeden Fall Einheiten bauen. Mit einem Regler. Wie gesagt, das Tutorial ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Und man versteht es auf jeden Fall, was man hier auf jeden Fall bauen soll. So, sollen wir jetzt einmal das Haus ausbauen. Das beschleunigen wir natürlich auch direkt wieder. Und holen uns unsere Belohnung ab. So, dann bauen wir nochmal die Zitadelle aus. Genau, hier müssen wir dann ein bisschen länger warten. Aber wir kriegen jetzt hier direkt eine Quest-Belohnung. Sehr schön. Dort kann man nämlich auch nochmal die Zeit beschleunigen. Und zwar mit, ja, hier Pfote des Hasens um 5 Minuten verringert. Also wir können jetzt hier unsere Bauzeit um 5 Minuten verringern. Sehr, sehr schön. Haben wir auf jeden Fall genutzt. Und jetzt können wir auch wieder, da es unter 5 Minuten sind, nochmal das Gebäude sofort fertigstellen. Und es gibt wieder, ja, einiges an Belohnungen. Sehr, sehr schön. Die Ressourcen sollen wir jetzt hier ausbauen. Zuerst brauchen wir aber natürlich ein Lager dafür, dass wir auch unsere Ressourcen lagern können. So, genau. Hier haben wir nämlich einmal quasi unsere Stadt, wo wir unsere Gebäude bauen können. Und hier unten haben wir dann hier unseren Bereich, wo wir unser Sägewerk, unsere Eisenmine und unser Getreidefeld quasi ausbauen können. Und wir sollen hier auf jeden Fall mal das Sägewerk ausbauen. Das beschleunigen wir natürlich hier direkt auch wieder. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier eine Belohnung erhalten. Und ihr seht schon, jetzt haben wir einen Haufen Belohnungen bekommen. Hier haben wir auf jeden Fall auch, ja, einfach alle Aufgaben. Dann haben wir hier die Hauptaufträge, da haben wir gerade sogar nichts. Und dann gibt es noch mal einen Haufen Nebenaufträge, die man hier erledigen kann, dass da auf jeden Fall auch keine Langeweile aufgeht. Wir schauen jetzt nochmal kurz. Wir wollen auf jeden Fall Eisenmine ausbauen, Getreidefeld. Das machen wir jetzt hier als erstes. Zack. Am Anfang ist es natürlich immer schlau, eine gute Produktion zu haben, um einfach viel bauen zu können. Wir haben jetzt hier auch zwei verschiedene Bauslots schon zur Verfügung. Also wir können zwei Gebäude gleichzeitig bauen. Das ist natürlich immer eine gute Sache. So. Okay, wir haben jetzt hier oben keine Bevölkerung mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal unser Haus wieder ausbauen. Beschleunigen wir direkt wieder. Perfekt. Lohnung abholen. Und jetzt bauen wir hier nochmal den nächsten Stufen aus. Die Produktion deiner Truppen ist jetzt abgeschlossen. Genau, stimmt. Die hatten wir ja eben den Auftrag gegeben. Habe ich ganz vergessen. Wir können nämlich hier rechts auch umschalten. Wir gehen jetzt hier einmal die Bauplätze. und im zweiten Slot durch unsere Kaserne hier den Slot, wo wir unsere Truppen bauen. Und hier haben wir direkt unseren ersten... Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Fällt mir später sicherlich ein. Aber auf jeden Fall unseren ersten Kriegsherren, nenne ich jetzt mal, bekommen, wo wir jetzt unsere Truppen, die wir jetzt durch die Missionen und halt auch durch die selber gebauten Einheiten jetzt hier schon haben. Wir haben jetzt 35 Einheiten. Die teilen wir jetzt hier zu und wir haben jetzt hier eine Armeestärke von 1000 Punkten. Alles klar. Hier haben wir nochmal... Okay, 35 Einheiten. Kriegsfürst, genau, Kriegsfürst war es. Der Kriegsfürst. So, hier haben wir jetzt ein Goblin-Lager. Das ist quasi eine NPC-Einheit, also eine Computereinheit. Und diese können wir quasi überfallen und ausrauben. Und das ist eine ganz coole Sache hier auf jeden Fall, weil diese Goblin-Lager, die haben jetzt hier auch eine Produktion. Also ihr seht schon, dort können wir dann auch Ressourcen quasi klauen. Und wenn wir die Goblin-Herde oder Horde hier besiegen werden, dann werden wir hier die Ressourcen bekommen. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht noch nicht das Goblin-Lager ausrauben, wir machen das erst morgen, dann wird die Beute halt auch durch die Stundenproduktion halt immer höher gehen. Und man kriegt dann halt mehr raus, wenn man merkt, okay, meine Verluste wären jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich warte bis morgen, dann sind meine Verluste vielleicht ein bisschen geringer, weil ich ein paar zusätzliche Truppen habe. Und außerdem noch mehr Ressourcen rauskriege, dass sich das Ganze lohnt. Aber wir werden jetzt hier die Goblin-Horde schon mal vertreiben. Wählen hier quasi unsere Armee aus. Dauert auch nur eine Sekunde. Einsatz starten. Und wir sind hier im ersten Kampf. Den werden wir uns hier auch mal anschauen auf jeden Fall. So, Kampf anzeigen. Das funktioniert alles alleine. Wir könnten natürlich auch überspringen. Aber wir möchten natürlich hier mal den Kampf sehen. Begonnen wird mit dem obersten Truppenplatz. Der Kriegsförst mit der höheren Initiative. Macht den Einstieg in den ersten Zug. Das sind wir in dem Fall. Und wir greifen jetzt hier auch direkt an. Sehr schön. Ihr seht hier schon den Schaden. Und der Gegner, der fällt jetzt hier direkt auf Null. Und haben ihn besiegt. Ihr seht schon, wir haben sogar jetzt 301. Und also ein bisschen von der Stundenproduktion haben wir sogar noch abgegrast. Sehr, sehr schön. Haben jetzt hier direkt den Kampf gewonnen. Sogar ohne Verluste, wie ich das gesehen habe. Sehr schön. Und hier ist dann auch direkt das nächste Goblin-Lager. gespawnt. Aber wir gucken jetzt erstmal hier, was wir hier für Aufgaben als nächstes haben. Oh, wir haben jetzt hier sogar noch unsere Charakterstufe auf 2 erhöht. Wir haben nämlich jetzt hier auch einen persönlichen Rang. Und zwar können wir dort auf jeden Fall auch leveln. Und wir haben hier auch Meisterschaftspunkte, die wir quasi verteilen können. Hier nochmal die Übersicht. Man kann halt auch im Laufe des Spiels mehrere Kriegsfürsten haben, die dann hier quasi untereinander stehen. Je nach Level vom eigenen Charakter sozusagen, werden dann weitere freigeschaltet. Aber wir schauen uns jetzt hier mal die Meisterschaftspunkte an. Und ja, wir verteilen jetzt hier auch das, was natürlich im Tutorial vorgeschlagen wird. Hiermit haben wir einmal erhöht die Initiative deiner Infanterie. Nehmen wir natürlich gerne mit und schließen das Ganze. Man kann die Punkte auch wieder umverteilen. Allerdings braucht man da glaube ich auch so ein bestimmtes Buch für, was man halt haben muss, um die Punkte neu zu verteilen. Gibt es natürlich auch wieder eine Belohnung für. Sehr, sehr schön. So, und wir öffnen jetzt das erste Mal die Karte. Alles klar. Was haben wir hier denn? Das Tutorial. Alles klar. Da ist angucken. Beanspruchen. Sehr schön. Jetzt haben wir unseren ersten Turm beansprucht. Das ist natürlich eine schöne Sache hier auf jeden Fall. Wir schließen jetzt hier auch mal die Aufgabe ab. Also ihr seht schon, ihr werdet hier richtig schön durch die ganzen Hauptaufträge und Nebenaufträge durchgeführt. Und könnt ihr dort noch, ja, einiges erreichen. So, einen besetzten Nachschub befreien sollen wir als nächstes machen. Alles klar. Dann müssen wir hier nochmal auswählen. Genau, wir haben jetzt inzwischen wahrscheinlich durch irgendeine Mission wieder ein paar weitere Truppen dazu bekommen. Und wenn man dann quasi hier den Kriegsfürsten öffnet, mit diesem Knopf kann man dann halt einfach von der Einheit diese auffüllen. Genau, 70 haben wir jetzt insgesamt schon. Was natürlich dann hier unsere Truppenstärke auf über 2000 erhöht. Und wir werden jetzt hier auf der Karte, dort gibt es nämlich auch nochmal Goblin-Orden. Diese können wir dann hier auch nochmal angreifen. Dort muss man natürlich ein bisschen länger meistens laufen. Hier am Anfang wird es wahrscheinlich noch relativ kurz sein. Aber je nachdem, wie weit die weg sind, wird sich das Größe halt auf, äh, die Laufzeit auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Ja, sind auch 6 Minuten hier. Also diesmal laufen wir hier auf jeden Fall ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. So, hier sieht man auch die Zeit. 6 Minuten, bis mein Angriff dort ist. Dann haben wir hier auf jeden Fall wieder eine Mission abgeschlossen. Oh, und unser Lager ist voll, Leute. Wir sollten hier auf jeden Fall mal unser Lager upgraden. Das Gute ist, ähm, selbst wenn das Lager voll ist. Ihr seht oben, die Lagerkapazität sind 3000. Aber wir haben jetzt über die Lagerkapazität. Es werden quasi keine Rohstoffe verschwendet, wenn man nicht aufpasst, wie ich jetzt hier gerade. Sondern einfach die Produktion dann gestoppt. Das ist auf jeden Fall auch eine super Lösung. Machen wir schnell hier, ähm, die zweite Ausbaustufe, dass das Ganze hier weiterläuft. Und, äh, wir dort wieder Rohstoffe produzieren. Lagerschuh für drei können wir auch mal direkt bauen. Am Anfang geht das natürlich sehr, sehr schnell. Da können wir fast jedes Gebäude hier per, äh, Sofortbau, ähm, abschließen. Okay, unsere Bevölkerung ist auch schon wieder ein bisschen, ähm, knapp. Da bauen wir jetzt hier auch mal unser zweites Haus. Ich richte mich jetzt hier wirklich, äh, hauptsächlich gerade an den Aufgaben. Was haben wir denn hier als Hauptaufgabe? Okay, wir müssen jetzt eh fünf Minuten warten. In der Zeit können wir jetzt hier Nebenaufträge erledigen. Das passt doch perfekt. Okay, hier 20 Erfahrung, ein Gebäude bewegen. Einfach raufklicken. Hier kann man halt die verschiedenen Sachen machen. Einfach zack. Müssen wir natürlich auch wieder zurück bewegen. Das kann natürlich nicht so stehen bleiben hier. Muss alles seine Ordnung haben. Aber wir haben jetzt hier 20 Erfahrung erhalten. Und das reicht fast für das nächste Level. Ganz knapp. Ähm, was machen wir denn nochmal als nächstes? Ressourcen. Beide. Einheiten. Problemlager. Unsere Armee ist gerade unterwegs. Deswegen, okay, Zitadelle ausbauen kann, glaube ich, nicht schaden. Das dauert diesmal auch ein bisschen länger. Da müssen wir jetzt wirklich mal mindestens sechseinhalb Minuten warten, dass wir dann sofort durchbeschleunigen können. Und in der Zwischenzeit bauen wir jetzt hier nochmal das hier. Sofort fertig. So. Belohnung abholen. Okay, ich denke, wir werden jetzt hier nochmal die zwei Felder ausbauen. Das geht auch nochmal sofort von der Zeit her. Aber nochmal einiges an Belohnungen. Außerdem hier auch nochmal ein paar, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt hier. Das sind Baupläne. Auf jeden Fall, ähm, kriebs hier auf jeden Fall noch so ein paar Sachen, um bestimmte Forschungen zu reduzieren. Das ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Ähm, ein drittes Haus, okay, das können wir auch nochmal gerne machen. Aber dann möchten wir natürlich hier alle in einer Reihe haben. Hm, kriegen wir die Kaserne hier irgendwie rüber. Okay. Ich glaube, das teilen wir hier so ein bisschen auf. Hier so die Gebäude, dann hier das Lager, das Kaserne. Alles klar. So, drittes Haus. Kostet ja auch nichts an Ressourcen. Also, es kostet was, aber nicht viel. Und wir kriegen einiges wieder. Das ist perfekt. Leidefeld bauen wir. Oh, und wir haben sogar Stufe 3 erreicht. Sehr schön. Das ist natürlich optimal. So, wir werden jetzt... Hm, ich denke mal, für den Anfang ist es nie verkehrt, hier einfach die Produktion zu boosten. Wir werden jetzt hier einfach mal die Eisenproduktion ein bisschen boosten. Wie gesagt, das kann man später auch nochmal umskillen. Dort gibt es Möglichkeiten, zwar nicht unendlich viele, aber das geht auf jeden Fall. Falls ihr euch da verskillen solltet, sollte das kein Problem sein. So, gucken wir nochmal. Hauptaufgabe dauert noch zwei Minuten. Können wir vielleicht noch die ein oder andere Nebenaufgabe in der Zeit erledigen. Wie zum Beispiel das hier. So, jetzt sind unsere Ressourcenfelder schon mal auf Stufe 4. Haus auf Stufe 5, Lager auf 5, Zitadelle auf 4. Das machen wir ja gerade sogar. Kaserne auf 3. Gibt 600. Wie teuer ist denn das? Ah, ich glaube, das können wir uns leisten. Müssen wir natürlich zwei Stufen ausbauen. Kaserne haben wir schon mal auf 3 ausgebaut. Perfekt. So, haben wir jetzt noch irgendwas an Truppenbau. Den Infanterie. Okay, 8 Einheiten müssten wir noch produzieren. Das könnten wir auch schnell machen. Dauert 7 Minuten. Und in der Zwischenzeit bauen wir denn, was haben wir denn hier gerade am wenigsten? Eisen. Ist natürlich auch wie bei vielen Aufbauspielen so. Meistens, wenn man quasi eine Ressource in Feld ausbaut. Wir haben jetzt hier Eisen am wenigsten. Wenn wir jetzt quasi den Eisen ausbauen, dann braucht man halt immer von der Einheit, welche dieses Gebäude produziert, am wenigsten. Zumindest ist es in der Regel so. Und man kann dann halt immer gut die Ressourcen halt ausgleichen, die halt nicht ganz genau gleich sind, sage ich mal. Und jetzt müssen wir tatsächlich hier mal das erste Mal schon mal ein bisschen warten. Wenigstens hier 3 Minuten. Aber das ist kein Problem. In 39 Sekunden haben wir auch unsere Hauptaufgabe erfüllt. Hier hätten wir nochmal ein Goblin-Lager. Und umso öfter ihr quasi dieses Goblin-Lager besiegt, umso höher wird halt auch diese Produktion. Also das lohnt sich natürlich dort versuchen, schnell voranzukommen, weil es halt einfach auch eine zusätzliche Einnahmequelle ist an Ressourcen, wenn ihr dieses quasi immer besiegt. Definitiv solltet ihr dort ab und zu angreifen. So, Zitadelle dauert noch 2,5 Minuten. Alles klar. Gehen wir nochmal auf die Karte zurück. Dort ist nämlich unser Angriff gerade angekommen. Sehr schön. Ups. Okay. Belohnung abholen. Steht gar nicht dabei, was die Belohnung ist. Was kriegen wir denn hier schönes? Ah ja, genau. Jetzt gibt es hier erstmal den Bericht. Wir haben natürlich wieder einen Kampf gehabt. Und wir werden uns natürlich jetzt hier auch nochmal schnell den Kampf anschauen. Wir hatten hier eine, wir hatten sogar Unterstützung dabei. 1000 Kriegspunkte. Wir hatten 2100. Der Goblin hatte halt nur 600. Von daher werden wir hier auch relativ problemlos gewonnen haben. Hoffe ich doch zumindest. Ja. Direkt rausgehauen. Unsere Unterstützung greift jetzt hier auch nochmal das zweite Verteidigerfeld an. Sehr gut. Und Sieg. Und hier gab es nochmal ein bisschen XP. Das nehmen wir gerne mit. So. Und es gibt nochmal für den Bericht, den wir gerade gelesen haben, auch nochmal Belohnung. Also ihr seht schon. Also von den Aufgaben her, da ist man wirklich sehr, sehr beschäftigt hier immer. So. Hier haben wir nochmal einen Eisennachschub. Okay. Ihr seht schon, Eisennachschub ist Stufe 1. Auf Stufe 2 würden noch 200 Holz benötigt werden. Und diese werden wir jetzt spenden. Sehr schön. Dadurch wurde jetzt hier die Produktion erhöht. Es gibt natürlich wieder eine schöne Belohnung hier. Also genau, bei den ganzen Nachschüben, die man hier quasi auf der Karte hat. Diese Produktion wird alle 24 Stunden an die einzelnen Reichsmitglieder geliefert. Du kannst die Produktion weiter erhöhen, indem du den Nachschub steigerst. Also einfach weiter spendest, dort höhere Stufen erreichst. Und ja, man liest oder man versucht natürlich hier relativ schnell vielleicht ein Reich zu finden. Ein Reich sind glaube ich bis zu 15 verschiedene Spieler, die quasi denn diese Karte gemeinsam haben. Auch gemeinsam denn die Gebäude bzw. die Nachlieferungsstationen hier ausbauen können. Und dann profitiert jeder davon, wenn jeder so ein bisschen spendet. Alle 24 Stunden gibt es dann dort auf jeden Fall einen Nachschub. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So, wir können jetzt hier auch nochmal die Produktion steigern. Wir haben jetzt hier nochmal einen Booster. Produktion für eine Stunde um 20% steigern. Sagt, getan. Gibt jetzt hier auch nochmal Erfahrung. Reicht noch nicht für die nächste Stufe. Aber wir sollen jetzt hier einen Turm bauen. Alles klar. So, die Türme, den können wir hier halt in den grünen Bereich bauen. Und wir sollten natürlich bei den Türmen halt immer gucken, dass dieser hier auf jeden Fall weitere Ressourcen für unser Reich sozusagen in der Reichweite hat. Damit wir dort möglichst großen Vorteil daraus haben. Von daher versuchen wir jetzt hier mal, ja, nehmen wir mal Holz und Getreide hier auf jeden Fall. Dauert 15 Minuten der Bau. So, in der Zwischenzeit haben wir auch nochmal unsere Nebenaufgabe abgeschlossen. Unsere Zitadelle, Stufe 4 ausgebaut. Dort gibt es dann auch nochmal alle Ressourcen, Lager, Felder auf Stufe 4. Gibt es auch nochmal Erfahrung. Wir haben jetzt auch noch Stufe 4 erreicht. Sehr geil. Ich bin jetzt hier auch nochmal. Wir können sogar jetzt. Ne, dann können wir jetzt einen oder zwei bauen. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall. Ne, nur einen konnten wir machen. Genau. Nochmal die Holzproduktion erhöhen. Dann gibt es hier nochmal einiges an Erfahrung. Und nochmal die Belohnung für die Zitadelle. So, Truppen werden auch nochmal nachgefüllt. Haben wir ja ein paar. Sind wir hier gerade noch am Bauen. Zwei Stück sind noch in der Bauschlange. Hier der Turm. Alles klar. Den einen haben wir schon. Den zweiten den bauen wir gerade. Gucken wir nochmal auf die Karte zurück. Und hier haben wir nochmal eine Goblin-Horde. Dort sollen wir einmal angreifen. Alles klar. Dauert 24 Minuten sogar. Auf, auf. Angriff läuft. Sehr, sehr schön. So, genau. Hier haben wir jetzt nochmal den neuen Turm. Auch mit Namen benannt. In 13 Minuten ist das Ganze fertig. Sehr, sehr schön. Okay, dort haben wir nochmal eine Mission erreicht. Müssen gleich auch nochmal unsere Häuser wieder ausbauen. Definitiv. Zack. Machen wir mal eben hier als erstes. So, nochmal. Okay, für Stufe 5 gab es jetzt hier nochmal einiges. Oh, noch einiges an Einheiten haben wir jetzt hier bekommen. Super. Außerdem können wir jetzt hier nochmal einen Punkt verteilen. Wir werden das jetzt hier bei Getreide machen. Dass wir einfach gleichmäßig hier unsere Produktion etwas erhöhen. Und wir sollen jetzt hier auch ein Reich wählen. Schauen wir doch mal. Mein Account wurde noch nicht aktiviert. Ich muss noch meine E-Mail-Adresse bestätigen. Das werde ich natürlich noch machen. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Da werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen umschauen. Welchen Reich ich mich anschließen möchte. Das sollte man halt vielleicht mal gucken. Dass ich dort vielleicht irgendwie ein deutsches Reich finde. Es gibt ja auch einen offiziellen Discord-Server. Wo man sich mehr oder weniger ein Reich suchen kann. Da gibt es sicherlich genug Leute, die noch aktive Spieler suchen. Wir hatten jetzt hier auch ein Chat hier an der Seite. Dort können wir halt auch mit anderen Spielern, die hier gerade unterwegs sind, chatten. Und vielleicht auch hier zum Beispiel nach einem Reich suchen. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Da warten wir aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Wir haben jetzt hier nochmal eben eine Mission erfüllt. Sehr, sehr schön. Okay, wir haben jetzt auch zwei weitere Bauplätze freigeschaltet. Diese können allerdings nur mit Saphire freigeschaltet werden. Und Saphire ist die Echtgeldwährung. Es ist natürlich ein Free-to-Play-Spiel. Ihr müsst nichts dafür zahlen. Aber natürlich, wie jedes Unternehmen, möchte man natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und das Ganze funktioniert natürlich hier über die Saphire. Mit diesen Saphiren, dort kann man sich dann zum Beispiel hier weitere Bauplätze freischalten. Oder einfach Sachen beschleunigen. Einfach schneller Sachen abschließen. Das ist auf jeden Fall hier das Prinzip der Saphire. Und ich habe schon mal auf einer anderen Welt mal kurz angespielt. Und auch ein bisschen weiter gespielt. Hier seht ihr auch schon. Und es ist aber dennoch möglich, auf jeden Fall auch mit den Aufgaben, die wir hier haben, auch Saphire zu sammeln. Und ich hatte ein paar Tage, habe ich gespielt, mir einfach ein bisschen angeguckt, das Ganze. Und innerhalb von ein paar Tagen, habe ich jetzt hier auch auf jeden Fall auch alle Bauslots gehabt. Ich denke mal, die Bauslots an sich sind auf jeden Fall mit am wichtigsten. Weil man einfach bis zu vier Gebäude gleichzeitig bauen kann. Was natürlich eine massive Zeitersparnis ist, wenn man nur zwei Slots hat. Und das halt permanent. Das muss man dann quasi auch nur ein einziges Mal upgraden. Und dort werde ich auf jeden Fall auch wieder meine Saphire für sparen. Damit ich hier auf jeden Fall die ganzen Slots erweitern kann. So, schauen wir nochmal, was sagen denn hier unsere Aufgaben. Eisenmine Stufe 5 abgeschlossen. Perfekt. Okay, einem Reich beitreten. Ich muss einmal ganz schnell die E-Mail-Adresse bestätigen hier auf diesem Account. Und dann werden wir uns mal schnell eben nochmal ein Reich aussuchen. So, und da bin ich auch wieder zurück. Ich habe schnell meine E-Mail-Adresse soweit bestätigt. Und wir werden natürlich jetzt hier versuchen, wenigstens ein deutsches Reich zu finden. Gucken wir mal. Was haben wir hier oben? Okay, das ist eigentlich nur dieser eine, der in Frage kommt fürs Erste. Sind auf jeden Fall auch hier schon Reichsstufe 7. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Gut, Steinkreis, alles klar. Hier werden wir auf jeden Fall mal beitreten. Ob ich dort die ganze Zeit drin sein werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch mal ein eigenes Reich gründen. Wer weiß. Ja, oder wenn ihr vielleicht schon noch ein Reich habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich gucke mir das Ganze auf jeden Fall mal an. Ich bin zwar nicht so der große Fan von den Reich wechseln hin und her. Und dort halt immer woanders zu sein. Ich bin halt schon gerne mal bei einem und kenne halt dann auch die Leute ein bisschen länger. Aber gut, wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal beitreten. Sehr schön. Optimal. Damit haben wir jetzt hier auch noch mal einiges an Ressourcen bekommen. Und ich denke mal, wir sind sogar schon relativ am Ende des Tutorials. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay, was sollen wir jetzt hier machen? Genau, wir haben jetzt hier meine Aufträge. Und dadurch, dass wir jetzt auch noch ein Reich haben, gibt es denn hier auch noch mal Reichaufträge, die man dann gemeinsam erfüllen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sache, definitiv. So, dann schauen wir mal. Okay, wir sind dem Reich beigetreten. Was haben wir hier? Gucken wir nochmal kurz. Wirtschaft. Wirtschaft, da bin ich halt immer so ein Fan von, das auszubauen. Sägewerk auf Stufe 1. Okay. Wir können, was ich euch noch gar nicht erzählt habe, wir können nämlich hier auch noch unsere Basis erweitern. Und zwar, hier haben wir ja quasi unser Startgebiet und dieses erstreckt sich denn hier. Ihr seht schon, dass es hier noch vernebelt. Dort kommen dann irgendwann auch noch mal Goblin-Horden, welche man besiegen muss, um dann quasi weitere Felder hier beizuschalten, um einfach die ganze Basis zu erhöhen. Und das Ganze funktioniert auch hier unten bei den Ressourcenfeldern. Wir haben nämlich hier auch, hier ist zum Beispiel auch noch mal ein besetztes Feld. Wenn wir dieses hier besiegen, das können wir direkt mal versuchen. Ich denke mal, das sollten wir mit geringen Verlusten hier auf jeden Fall schaffen. Die Kampfkraft sind 1000, wir haben 4000. Dort werden wir auf jeden Fall versuchen, das Ganze mal einzunehmen. Kampf einzeigen. So, gucken wir mal. Na, wir werden auf jeden Fall Verluste haben, seht ihr hier auf jeden Fall schon mal. Aber wir haben es geschafft. Und zwar, was auf jeden Fall auch sehr interessant hier bei dem Spiel ist, wenn man Einheiten verliert, hier haben wir gefallenen Krieger, dann sind diese Einheiten nicht für immer verloren, sondern man kann diese Einheiten auch noch weiterhin nutzen. Es gab hier auch wieder Belohnung. Allerdings habe ich das Feature noch nicht freigeschaltet. Aber wenn wir jetzt hier oben gucken, wir haben noch quasi gefallene Krieger und mit diesen gefallenen Kriegern kann man dann auch noch wieder andere Sachen machen und dort noch von profitieren. Also, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut durchdacht, dass es nicht ganz so frustrierend ist, wenn man seine Einheiten verliert, sondern man kann diese weiterhin noch nutzen. So, wir haben noch mal eine neue Accountstufe erreicht. Wir werden jetzt hier noch mal die Eisenproduktion erhöhen. Warum nicht? Und ich versuche jetzt mal irgendwie rauszufinden, warum ich jetzt hier dieses Feature gerade nicht nutzen kann. Ich hoffe, ich finde schnell eine Lösung, was ich falsch mache. Und wir sind gleich wieder da an der Stelle. Okay, da sind wir wieder zurück. Ich habe einmal das Spiel einfach neu gestartet und glaube, irgendwas habe ich falsch gemacht bei der E-Mail-Adressen-Bestätigung. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier auch die Karte nutzen. Ich habe gerade auch auf einem offiziellen Discord-Server hier auf dem Spiel vorbeigeschaut. Dort gibt es auch einen deutschen Bereich, wo man sich mit anderen Spielern unterhalten kann. Wenn mal irgendwas unklar ist, wenn man nicht weiterkommt, kann man dort sich auch Hilfe holen. Es gibt da sicherlich auch nette Leute, die einem dort helfen. So, wir sollen jetzt hier die Goblin-Horde besiegen. Das machen wir jetzt auch. Einsatz starten. Super. Angriff ist unterwegs. Baut hier sechs Minuten. In der Zeit können wir noch mal gucken, dass wir hier die eine oder andere Aufgabe erledigen können. Ihr seht schon die Ressourcen, obwohl wir hier wirklich permanent Sachen ausbauen durch die ganzen Missionen, die wir hier haben. Da kriegen wir auf jeden Fall auch einiges wieder. Okay, wir können noch mal zehn Einheiten vielleicht bauen. Für eine Mission dauert acht Minuten. Was könnten wir denn? Wir haben jetzt hier auch noch die Bauslots. Zwei Stück frei. Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal was ausbauen. Okay, wir sollen jetzt hier noch mal einen Busch entfernen. Kleiner Busch. Busch. Kleiner Felsen. Hier, kleiner Busch. Wir haben nämlich hier auch noch mal ein paar Felsen, ein paar Hindernisse, die wir hier entfernen sollen. Und das dauert dann halt auch ein bisschen Zeit. Dort kann man auch nicht beschleunigen. Aber das Gute an den Sachen ist, hier kriegt man dann sogar Ressourcen für. Weil man haut jetzt hier quasi Bäume ab, kriegt dann da Holz für oder ja und so weiter. Was man hier halt auch abhaut, da kriegt man halt Ressourcen für. Wenn man hier das weg haut, die Steine, dann gibt es noch Eisen. Also kriegt jetzt hier auch mal ein paar Ressourcen. Wenn man nichts mehr hat, kann man auch seine Karte clearen. Das ist auf jeden Fall auch super. Unser Angriff läuft. Warten wir mal kurz hier die Sekunden ab. Okay, wir können jetzt auch noch unsere Türme platzieren. Das haben wir ja nur eben im Tutorial gemacht. Und dort gucke ich natürlich mal, wie das Ganze schlau wäre. Okay, hier sehen wir auch schon, dass wir jetzt hier andere Reiche haben, direkt neben uns. Zumindest ein weiteres. Hier unter uns ist noch eins. Also hier auf der Karte. Man kann natürlich auch rauszoomen. Ganz so ein bisschen einfacher. Kann man sich die verschiedenen Reiche anschauen. Können wir denn hier irgendwas Neues erschließen? Das ist die Frage. Ich glaube fast nicht, dass wir hier was Neues erschließen können. Hier außen haben wir natürlich noch Ressourcen. Aber wenn wir unsere Türme dort in die Richtung schon mal bauen, ist das natürlich ziemlich nice. Was haben wir denn? Hier gibt es Truppen, Holz, Getreide, Getreide, Holz, Truppen. Ich denke, wir könnten mal hier einen Turm hinbauen. Wenn dann quasi das Gebiet hier erweitert wird. Ihr seht schon hier, das Gebiet wurde dann quasi erweitert. Kann man halt irgendwann auch nochmal die Türme noch weiter außen platzieren. Und dann quasi die neuen Rohstofffelder einschließen. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob es jetzt so schlau ist, direkt den zweiten Turm zu platzieren. Ich glaube, das Gebiet wird quasi größer werden. Und dann den zweiten Turm werde ich dann wahrscheinlich irgendwann in sechs Stunden hier außen platzieren. Um vielleicht diese beiden Felder für unser Reich mit einzuschließen. Ich bin mir jetzt... Ja, ich denke, so werde ich das auf jeden Fall machen. So, wir sollen aber jetzt hier auf jeden Fall noch als Hauptaufgabe besiege eine Goblin-Barrikade. Das machen wir ja hier gerade. Genau, da sind wir unterwegs. In der Zwischenzeit, was haben wir hier in den Ressourcen? Bauen wir nochmal unser Holzdepot aus. Ihr seht ja auch schön unsere Produktion. Mal rüber gehen, 275. Auf Stufe 5 gibt es schon 325. Und dadurch, dass wir jetzt hier schon einen weiteren Slot besiegt haben, sei ich schon, freigeschaltet haben, können wir jetzt hier direkt nochmal nach eigenen Belieben, je nachdem, was man als Ressourcen halt am meisten braucht, nochmal direkt einen zweiten Slot bauen. Das machen wir jetzt hier auch. Zweites Gebäude. Gab auch wieder einiges an Missionserfahrung. Und auch, glaube ich, an Belohnungen von den Ressourcen her. Wir werden jetzt hier nochmal schnell ausbauen. Machen wir mal direkt auf Stufe 4 hoch. Und was haben wir denn? Holz. Dann bauen wir nochmal hier das Getreidefeld aus. Sehr schön. Wie gesagt, hierfür würde ich auf jeden Fall meine Saphire, die wir quasi durch die Aufgaben nach und nach freischalten. Hier, das ist natürlich ein dickes Ding hier. Kämpfe einmal auf den Übungsplatz. Das gibt 200 Saphire. Das wäre schon fast die Hälfte von unserem Slot. Ich glaube, 100 Saphire habe ich schon noch für das E-Mail bestätigen bekommen. Okay. Genau. Das passt soweit. So, jetzt müssen wir wieder nochmal 50 Sekunden warten, bis wir dort die Hauptmission gestartet haben. Aber wir haben auf jeden Fall schon einiges geschafft. Und die Folge, die geht jetzt auch schon sehr, sehr lange. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich noch weitere Videos zu diesem Spiel machen werde. Beziehungsweise zeitnah, weil ich aktuell einfach nicht viel Zeit habe. Ich werde aber auf jeden Fall hier auf diesem Server weiterspielen. Also, wenn ihr auch irgendwie interessiert seid, vielleicht auch mit mir zusammen zu spielen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall auch den Link von meinem Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Dort können wir uns auch gerne über das Spiel unterhalten. Und vielleicht habt ihr ja Bock, hier einfach ein bisschen mitzuspielen, mitzuklicken. Warum auch nicht? Wir haben das Tutorial schon relativ gut vorangetrieben. Oder haben wir das Tutorial? Das Tutorial haben wir jetzt sogar schon abgeschlossen. Wir sind jetzt hier wirklich schon in den Aufgaben. Genau. Reich ist sogar aufgestiegen. Sehr geil. Ich habe auch noch wieder einiges an Erfahrung. So. Ah, genau. Das machen wir nochmal kurz weiter. Eigentlich wollte ich schon an der Seite hier die Folge beenden. Aber das hier ist auf jeden Fall nochmal was Interessantes, was ich euch noch zeigen wollte. Sehr schön, dass wir das jetzt hier freischalten. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, wie heißt das, Amulett-Ladungen zu sammeln. Das heißt, wir kriegen hier verschiedene Aufladungen und können dann hier in den Katakomben quasi kämpfen. Und das Besondere hier dran ist, wir kämpfen mit unseren gefallenen Kriegern. Oder allgemein mit unseren gefallenen Einheiten. Dort haben wir aktuell halt nur Krieger. Hier oben sehen wir diese auch. Wir haben nämlich 76 gefallene Krieger. Und diese können wir jetzt noch weiter benutzen, um hier zu kämpfen. Und wir schauen mal, wir haben jetzt hier 760 Punkte. Der Verteidiger hat gerade mal 47. Dort sollten wir eigentlich den Kampf, ja, einfach gewinnen. Ich werde mir das jetzt nicht angucken. Man kann hier auch überspringen. Ergebnisse anzeigen. Sieg, so muss das. Das nehmen wir gerne mit. Wir haben jetzt hier auch noch Erfahrung bekommen. Ein paar Ressourcen. Und wir haben jetzt hier unseren ersten Sieg geholt. Jetzt haben wir natürlich eine weitere Aufladung verloren. Wie gesagt, die werden halt von Zeit zu Zeit nachregeneriert. Die Amulett-Aufladungen. Und wir hätten jetzt hier theoretisch Stufe 2 freigeschaltet. Stufe 1 war natürlich einfach. Aber auch Stufe 2 sollten wir jetzt hier mit unserer Kampfstärke noch relativ easy gewinnen. Sehr schön. Sieg. Und wir haben jetzt auch noch einen neuen Kriegsfürstin freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Ein weiteres Level, wie gesagt, erreicht. Werden nochmal hier unsere Produktion erhöhen. Eine schöne Sache. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Konzept. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Dass man dort auf jeden Fall mit den bereits verlorenen Einheiten doch noch irgendwie Nutzen hat. Und dort dann noch quasi hier Sachen sich erspielen kann, Erfahrung bekommt und noch sonstige Belohnungen. Wir haben jetzt hier auch nochmal Schuhe bekommen. Die Schuhe, die können wir dann auch noch bei unseren Kriegsherren quasi im Inventar nutzen. Eine Waffe haben wir auch schon mal bekommen. Wir können es gerade nicht ausrüsten, weil dieser unterwegs ist. Das dauert noch eine Minute. Aber dort kann man dann auch noch durch verschiedene Bonis diesen verbessern. Und ja, wir schließen hier nochmal ab. Wir können jetzt hier wirklich ewig weiterspielen. Es macht auf jeden Fall Laune, das Spiel. Mir persönlich gefällt auf jeden Fall das Spielprinzip. Ich bin sowieso ein Aufbaus-Fan. Und ich habe auch Travian, der eine oder andere von euch kennt vielleicht auch das Spiel Travian, gerne gespielt. Habe ich auch schon öfter gespielt. Weil Travian war aber immer so das Problem. Das ist halt wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Und bei diesem Spiel habe ich wenigstens ein bisschen so das Gefühl, es ist natürlich auch zeitaufwendig, wenn man natürlich was erreichen möchte. Wenn man auf den vorderen Rängen mitspielen möchte. Ich bin natürlich jetzt hier die Rang 500. Das ist natürlich nichts gerade. Aber ich finde das Ganze hier sehr gut durchdacht. Dadurch, dass man hier quasi ein Reich hat. Und soweit, wie ich das jetzt auch gesehen habe, können sich zwar die Reiche gegenseitig quasi angreifen. Und dann hier die Mondsteine klauen, die man halt quasi braucht, um einfach größer zu werden als Reich. Um in weitere Welten aufzusteigen. Dass es aber nicht immer auf allen Spieler sitzen bleibt. Man sollte natürlich schon im Reich 15 Spieler optimalerweise haben, die relativ aktiv sind. Die dann auch alle ein bisschen hier bei den Ressourcenfeldern was zusteuern. Dass sich das Ganze dort auch auf jeden Fall lohnt. Dass man dort sehr schnell vorankommt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Aber ich fühle mich so, bei diesem Spiel auf jeden Fall, wenn man dort halt mal 10 Stunden, 15 Stunden nicht online ist. Dann ist es nicht ganz so gravierend. Wie zum Beispiel bei Travian. Ich weiß natürlich nicht, wie das Endgame hier im Spiel ist. Wie sich dort das Ganze verhält. Aber ja, schönes Spiel hier auf jeden Fall. Mir gefällt es. Ich werde es auf jeden Fall auch nebenbei ein bisschen weiterspielen. Ich habe leider nicht allzu viel Zeit, dort sehr, sehr viel aktiv zu spielen. Aber nebenbei ein bisschen klicken. Das geht doch auf jeden Fall. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel so haltet. So der erste Blick. Ja, sieht es gut aus oder nicht so euer Geschmack. Oder vielleicht habt ihr auch Bock hier mitzuspielen. Meldet euch gerne an dort Arkheim. Einfach bei Google eingeben. Werdet ihr auf jeden Fall finden. Und das soll es auch soweit für das Let's Play hier gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo für Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Dort könnt ihr auch vorbeikommen, wenn ihr vielleicht wirklich ein bisschen mitspielen wollt. Ein bisschen mitklicken. Gerne. Oder wenn ihr auch Fragen habt, kein Problem. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.